Krissi, was hast du jetzt eigentlich geskillt? Feuer, Frost oder Akan? Feuer. Okay. Du bist also ein BAM-AE-Mage. I'm firing my laser. Hehehe. Feuer, toben und zerstören. Du bist also ein BAM-AE-Mage. Ich liebe Feuer. 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 Sie haupten einen weiblichen Charakter, und sie skillt Unterdrückung. Wo? Eee... Du solltest du die nötig getroffen halten. Ganz dringend. Was? Ich glaub da hast'n'n Nerv getroffen. Also solche Sprüche könntest du dich sparen, auch weil du möchtest einen sehr schmerbhaften Tod erleben. habe ich kein Problem mit. Ist auch nicht. Siehste, sind wir schon mal zwei. Aber ich bin auch nicht derjenige, der den Kopf kürzer gemacht wird. Muss doch aber auch erstmal hinbekommen. Crow ist doch eh schon ziemlich klein. Na. Und dann noch den Kopf kürzer. Das geht schon gar nicht mehr. Na, wenn ich Sascha ertrieben konnte, dann wird der Kürzer bei dem auch hin. Und du kennst Sascha. Ja, ich kenne Sascha. Das einzige Gildenmissglied, das ich im Reelife getroffen habe. Ja, ich habe bei meinem Gildentreffen mit meinem Gildenleiter gesorfen, das war geil. Der schaut in zwei Richtungen. Mann, wir den Leiter möchten nicht saufen. In der Regel möchten wir auch gegenwärtig umbringen, wenn wir uns sehen. Also wenn wir miteinander sprechen. Um wen genau geht es jetzt? Hm? Okay. Wir haben den Gildenleiter. Ich habe den Gildenleiter gekriegt, kann ich mehr brauchen. Was hast du gekriegt? Kriegerstiefel. Dicke Stiefel. Dicke Stiefel, okay. Dicke Stiefel. Na jo. Ich glaube, Crow hat noch Verwendung dafür. Ja. Und dann kriegst du sie gleich nach hinten für Trash. So, bei dich. Wir fehlen noch zwei. Gerade zwei. Mir fehlen auch noch zwei. Mir fehlt noch eins. Nein, das ist drei. Dicke Stiefel. Kann man nix lupen. Aber die spawnen wenigstens relativ schnell. Ja. Ja. Ja, okay. Ich habe meine Tasche gepfickt. Ich habe die Tasche bekommen. Ich bezweifle mal, dass jemand einen Gürtel, der zu schwerer Rüstung gehört, den 20 Verteidigungen braucht. Nö. Nö. Mit 20 Rüstung? Ich habe einen Ledergürtel, der mehr hat. Ich mag hier Eigenbau, beste Qualität und so. Hm, da war wohl jemand an meinem Loop dran gerade. Faktifiziert sagt, fand ich nie früher. Was sind die Preise an dieser... dieser Server? So, ich muss einen hier verrollen, ist für alle. Neue Munition. Dein paar Pfeile, die ich jetzt hatte, die sind jetzt weg. Jetzt habe ich die scharfen Pfeile mit drin. Die machen... Zwei DPS mehr. Merkt man auch, als mache ich 38er-Kritz, anstatt 30er. Süß. Garo will sie das viel nicht gerade adoptieren. So oft wie du das gerade brüllst. Haben wir nicht alle inzwischen die Tücher? Nein. Ne, mir fehlt noch eins. Ich sehe noch zwei. Mir fehlen auch noch zwei. Die Furzis in der Hütte sind schon wieder da. Ich glaube, dass die Schurken bestätigt wird. 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 Dann gehen wir die Quest schnell ab. Dann müssen wir nochmal schnell zum Holzfällerlager hinter und dann... Dann würde ich sagen, stürzen wir uns auf unsere Klassenquests. Ich will vor allem endlich ein Täter haben. Hoffentlich gibt es ja immer noch eine Tasche. Ich glaube nicht. Ach nö, die ist ja blöd. Hemd und... Obwohl, die hat man nie eine Tafel gegeben, ne? Ne. Ein Stoffgürtel mit neuen Rüstungen und ein Hemd. Ein rotes. Was ich so ein bisschen nicht anziehen werde. Bitte? Ich mag mein aktuelles Hemd lieber. Ach so, hast du schon ein Hemd geholt? Ja, ich habe eins von Anfang an gehabt. Das war so ein Start-Equipment mit drin. Das unverwüstliche Fallenstellerhemd. Ach so, habe ich auch einen knappen Hemd. Dann sieht doch sehr gut aus. Also dann... Alle man auf... Ab auf die Klassenquests, würde ich mal sagen. Oder... Moment, wo muss man Thomas Bericht denn nicht... Ach, in Goldheim. Na gut, dann kann ich mal schnell noch. Und dann darf jeder mal seine Klassenquest machen. Wo müssen wir denn noch Goldheim? Ja, nach Goldheim. Ach ja, Bericht, ne? Zustellung von Thomas Bericht. Mein Handy-Search schon wieder? Was ist schon wieder? Bitte? Ui, ein Kommentar. Kommentar? Ja. Ja, stimmt, das ist 17.15 Uhr. Lexikon ist vor einer Viertelstunde gekommen. Er wird so ein Nazi-Hörer sein. Ne, ne, das war jemanden, den ich von Skype kenne. Ja. Ja. Moment, ich bin zu Level 10. Das heißt, ich kriege Aspekt des Falken endlich. Noch mehr Distanzangriffskraft. Das heißt, ich kriege Aspekt des Falken, den ich von Skype kenne, den ich von Skype kenne, den ich von Skype kenne. Und dann lassen sie mich endlich irgendwas zähmen, was ich will. Ich bin mir noch nicht sicher, was ich mir holen werde. Katze. Entweder eine Katze oder ein Wolf. Sie sehen die Popaden aus, auch zum Morgen. Ich bin noch immer überlegen zwischen Katze und Wolf, weil ich mag beides eigentlich ganz gern. Hör das damals zu dem Städtchen ziehen fürs Kino. Mach das jetzt bitte. Füchse gibt's ja hier leider noch nicht. Die gab's erst in Kata. Die Hexe hinterlässt eine Spur der Zerstörung. Eine waren die anderen. Das kenne ich auch nicht. Ich bin unterlässt. Du hast gespult und die anderen sind nicht. Die haben's kattgemacht. Dein Demon steht immer nur hinten und haut drauf. Ach, da ist ein Kopf gekommen. hier ich mache das weil ich da sowieso hin muss ich mache mich jetzt erstmal auf den weg nach ich habe mir meine ganzen flugpunkte die ich brauche um wieder zurückzukommen er schon geholt also jägerlehrer wo war der noch mal das finde ich jetzt wieder wüsste ich glaube also ich habe meine segen des schutzes gekriegt ja moment jetzt weiß ich wieder wirst du auch ich kriege meine hexagress sogar in den folgern kriege der rechtschaffenheit und was habe ich noch bekommen was war das handauflegung im moment immer hier schon gerade irgendwo war doch hier die lederverarbeitung habe ich doch gerade gelesen oder handauflegung noch mache ich auf dem rückweg auf nach stürmen ja die handauflegung verbraucht 100% mana und verbringten richtig minuten abhängen zeit ja das war noch zeit mehr das war der absolute oh shit button jägerlehrer waren noch hier irgendwo oder oder vertue ich mich da gerade da oben ist ein stallmeister da kann schon mal gar nicht so verkehrt sein und naja da jägerlehrerin und die hat auch eine quest für mich und du gibst mir jetzt erstmal neue skills aspekt des falken dann soll man noch schlangen bis rang 2 humanoide aufspüren okay das war's so aspekt des falken tun wir mal neben den aspekt des offen ähm schlangen bis rang 2 ist definitiv besser als der erste und ja humanoide ausspüren warum nicht solange wir noch platz in der leiste haben so was wollte jetzt meine jägerlehrerin von mir äh ich muss nach dullana ok da habe ich einen kleinen fußmarsch von mir wo stehst du denn ich bin in danasus nicht so ich bin in sturmwind hat noch leimstoff ja ich ähm ich bin kurz auf dem weg zum magier zu zu meiner magier quest ich muss jetzt nämlich ins magierviertel wenn wir schon gerade hier sind schauen wir gerade bei der leder verarbeitung noch vorbei irgendwie muss ich jetzt wieder gerade dran denken so wo ist denn der vz lehrer sagen wir eine wache direkt hinter ihnen direkt hinter ihnen kommt praktischerweise an meinen berufelehrern vorbei wenn ich mal mit dem lehrer will liegt praktischerweise im selben vz lehrer der hat's ok dann können wir zumindest mal leder verarbeitung mal bis 150 skillen dann habe ich wieder was zu tun wenn ich offscreen langeweile habe läuft bei dir ich bin halt gerade mal so schneiderei 40 ja ich kann gleich mal zum schneiderlehrer gehen aber bestimmt was beibringen wenn es bis 45 kommst dann kannst du zumindest mal taschen herstellen das sind so diese momente in dem man die ganzen flugpunkte von heute vermisst das war ich dachte dass wir diesen körper steht und nicht einfach in den drei handys kaufen ja 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 und dann magier form darf ja bin sowieso gerade noch beim stofflehrer äh schneiderlehrer so dann komm ich da vorbei Leidetasche hm ja kann ich jetzt herstellen cool ne ich kann mal zwei Stück an ne ich kann mal zwei Stück an leid ne ich kann nicht nur so wie in schneiderei ne ich kann nicht zuh das ist ein ein Okay. Hallo? Aaaaach ja. Die Lieferung nach Sturmwind. Die Lieferung nach Sturmwind. Amen. Amen. So. Kannst du, als ob ich meine Quest noch gar nicht kriege. Ja, ich hab doch gesagt, die kommt mit Level 12. Okay, was darf ich jetzt zähmen? Ein Waldweberlaura. Okay, das ist eine Spinne. Ich muss nicht hin. Das ist fantastisch. Das ist schlimm hier. Na drei. Okay. Dann könnte ich mir ja lieber noch ein paar Zyper verdienen. So. Die erste Zahn-Quest haben wir. Hm? Die erste Zahn-Quest habe ich dann schon mal.